Theos Küchentalk wird präsentiert von Allnatura Supernaturmarkt Uli Löhle und der Pfiff Möbel Küchenwelt in Brüsewitz. Zu Gast in dieser Ausgabe von Theos Küchentalk ist der Immobilienmakler und Ökonom Thomas Frank. Auf dem Plan steht die Errichtung eines schmackhaften Lebkuchen-Einfamilienhauses. Es dreht sich also diesmal alles um Immobilien. Theo erfährt vom Experten eine Menge über die echten, bewohnbaren Exemplare und steuert seine eigene Expertise zur weihnachtlich-kulinarischen Ausführung bei. Wir zeichnen heute auf eine neue Folge von Theos Küchentalk. Mein Gast heute, ein Immobilienmakler, tätig in Schwerin und Umgebung, Thomas Frank, vom gleichnamigen Unternehmen. Und was liegt nahe? Wir werden backen, wir werden basteln. In der Weihnachtszeit ein Pfefferkrugenhäuschen. Das Rezept zum Nachbacken finden Sie wie immer in der Beschreibung des Küchentalk-Videos auf YouTube. Theos Küchentalk ab Freitag, dem 23. Dezember im Programm unseres Senders und in allen sozialen Medien. Präsentiert von Allnatura Supernaturmarkt Uli Löhle und der Pfiff Möbel Küchenwelt in Brüsewitz.